Könnte man kopieren. Und dann 19 zu, ja, mal wieder am Nachbericht. Ich habe mal wieder Bock gehabt auf den Nachbericht. Hatte noch keine Gründe. Klar, wir hatten keinen richtigen Vorbericht. Und das Frankfurt-Spiel dauert noch ein bisschen, bis es stattfindet. Das ist ein bisschen viel Pause dazwischen. Ja, gibt auch Änderungen. Vielleicht hatte ich auch deswegen nicht so Bock auf die Nachberichte, weil ich jetzt ja auch so ein bisschen wegkomme von den Kategorien. Ich zwinge mich da nicht mehr so rein. Ich rede jetzt einfach darüber, worüber ich reden will im Spiel. Ich glaube, es ist ehrlich geiler. Einmal für mich, aber hoffentlich auch für euch, die sich das hier reinziehen. Auch in Sachen Layout ändert sich was. Auch da sperre ich mich nicht mehr so quasi weg von meinem Layout oder irgendwie rechts ins Bild quasi. Ist auch ein bisschen, wie man Praktikum inspiriert, muss ich auch sagen. Ihr kennt vielleicht die MeinVfB-Videos, die jetzt mittwochs immer kommen. Oder auch die Fazit-Videos für die Ehrenbrüder, die mein VfB-Plus-Abo dagelassen haben. Die wir jetzt seit dem Augsburg-Spiel grob machen. Das alles im Schnitt von mir umgesetzt im Praktikum. Deswegen mache ich auch sehr gerne Werbung dafür hier. Aber jetzt los geht's. Niederlage in Freiburg. Bei so mancher Konkurrenz läuft's. Ja, ich meine klar, Wolfsburg, Augsburg, Hertha und auch Gladbach haben verloren. Das ist gut. Aber die, die da am längsten mit uns unten gechillt haben, die raffen es mittlerweile, wo sie stehen. Kreuter führt. Immer noch acht Punkte hinter uns. Aber vier Spiele ohne Niederlage in Serie. Unschied in Augsburg. Unschied gegen uns. Unschied in Bielefeld. Übrigens auch ein Sieg gegen Mainz, ne. Davor war die Niederlage beim BVB, die aber auch okay war spielerisch. Aber davor war eben auch dieser allererste Sieg, Bundesliga-Sieg generell, äh, gegen Union, ne. Also wilde Nummer, die raffen's. Nächstes Spiel ist bei denen auswärts in Wolfsburg. Das ist auch ein direktes Duell. Bielefeld, die leider nun auch auf Platz 14. Drei Punkte vor uns nun. Plus ein besseres Torfeld. Das haben sie auch noch. Auch die. Fünf Spiele ungeschlagen. Sieg Bochum. Sieg gegen Leipzig, ne. Unschied in Freiburg. Und unschieden gegen Fürth. Und jetzt ein Sieg in Frankfurt. Auch da nächstes Spiel gegen die Gladbacher zu Hause. Die gerade, ja, bei denen es auch nicht wirklich rund läuft, ne. Auch direktes Duell. Der Videobeweisbetrug. Klammer auf. Zwei Spiele in Folge. Klammer zu. Ich weiß, leidiges Thema. Wurde auch schon viel besprochen. Ich spreche es trotzdem. Man weiß halt, passiert. Es wird einfach zum Spiel dazugehört. Der Spielfilm. TBD zieht links mit Tempo in 16er. Übersteiger hier und da. Will vorbei an Kübler. Der stellt sein Bein raus. Nicht mit TBD als Ziel. Das unterscheide ich ihm ja auch nicht. Aber er stellt es halt raus. TBD will an ihm vorbei. Und trifft mit seinem rechten Fuß. Kübler's rechten Fuß. Fällt. Schiedsrichter pfeift. Ohne großartig zu zögern. Das ging recht schnell und sehr eindeutig. Schiri Schieler bekommt das aufs Ohr. Geht raus. Will sich es auch selber angucken. Jetzt kommen die neue Info, die ich selber auch angucken wollte. Schaut es sich an und nimmt ihn zurück. Und ja. Nicht nur ich im Stream, glaube ich. Sondern so mancher VfB-Fan war mal komplett in Rage nach dem Ding. Zuerst mal meine Meinung. Für mich. Das Ding kannst du von Beginn an als Elfer pfeifen. Er will vorbei. Fädelt für mich null ein. Sondern geht einfach seinen Laufweg und fällt. Und dazu, was mir auch noch oft zu kurz kommt, auch bei den ganzen Experten auf Social Media, wo auch immer, die jetzt kommen. Nachdem sie eben 50 Mal sich die Slow-Mo angeschaut haben. Ich finde gerade in Spielgeschwindigkeit, weil das Spiel findet nicht in Slow-Mo statt. In Spielgeschwindigkeit sagt mir diese Szene klar 11 Meter. Wie auch Spelder Müssenhard gesagt hat, jeder hat auch diese Berührung gehört. Und er nimmt ihn also zurück. Also was ist es? Wir machen Regelkunde. Was ist passiert? Fragen und Antworten zum Videoassistenten der Deutschen Fußballliga. Voraussetzung für ein eingreifendes Videoassistenten ist jeweils, dass nach seiner Einschätzung eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz vorliegt. Und das kann mir leider dann auch wirklich, egal wer, zuständiger Schiere im VfB, unten im Videokeller in Köln oder er oder wer auch immer, kann mir das nicht erklären, ohne sich einen wegzulügen. Weil wenn du ihn gibst, was er getan hat, dann kannst du ihn ganz einfach nicht zurücknehmen. Fertig. Nach der Begründung kannst du ihn nicht zurücknehmen. Das war keine klare Fehlentscheidung. Das ist einfach purer Bullshit. Und da komme ich auch erst noch gar nicht drauf zu sprechen, dass ja auch schon in Vergangenheit viel, viel weniger gepfiffen wurde für den Elfmeter. Viel größere Bullshit-Szenen als Elfmeter würdig geahndet wurden, auch seitdem es den VAR gibt. Apropos VAR-Historie, das ist eben bei uns auch das Thema. Es stapelt sich bei uns eben auf. Letzte Woche gegen RB, auch schrittige Szene, auch TBD, hättest du auch pfeifen können. Da ging der Schiere übrigens nicht raus. Das ist nach Samstag dann auch wieder ein Ticken lächerlich. Dass da natürlich zwei verschiedene Fanlager verschiedene Ansichten haben, ist auch ganz normal so. Finde ich am schönsten diesen Clip aus dem Doppelpass, quasi wo Streich seine Sache sagt und ein bisschen darauf reagieren kann. Der hat zugeschalten, war und ja, ich lasse euch mal laufen. Lukas Kübler macht nichts, nichts, keine Bewegung zum Gegenspieler, nichts. Und ich sage auch nicht, dass der, ich weiß nicht welcher Spieler es war, TBC, der Gegenspieler lässt sich auch nicht fallen. Aber er läuft vorbei und läuft in seinen Fuß. Aber Lukas Kübler macht gar nichts. Elfmeter ist es, soll es immer sein, wenn es ein richtiges Foul ist im Strafraum. Das hat er man schon mal mit dem Kunku. Berührung. Das geht nicht. Es ist ganz klar kein Elfmeter. Und zum Glück gibt es dann da den Videobeweis, dass du diese Sache zurücknehmen kannst. Das ist so. Das ist kein Elfmeter. Auf keinen Fall darf der Elfmeter sein. Ja, ist für mich völlig in Ordnung. Ich wünsche Christian, wenn es mal eine Saison gibt, die vielleicht irgendwann mal in der Zukunft nicht so gut läuft, auch zwei Entscheidungen dieser Art, ein zweieinander folgendes Spiel. Und dann schauen wir mal, wie relaxed der mit Aussagen dieser Art eines gegnerischen Trainers umgeht. Oder Sportdirektors. Ich finde, keine Ahnung, klar, man muss sich ja irgendwie selber dann irgendwie begründen, dass es keiner war. Ich finde trotzdem, weil Streich sich da so ein bisschen was zusammenfaselt, ist, glaube ich, auch kein Trainer, der jetzt unbedingt nicht für Schiri-Meckern bekannt ist. Der ist da schon auch gut dabei. Und wie gesagt, das Zitat da passt für mich perfekt, weil ich glaube, in unserer Situation, wie gesagt, auch zwei Wochen in Folge solche Szenen, da hätte ja auch ein Streich oder jeglicher andere Freiburger Fan, Freiburger Spieler, wie auch immer, safe anders reagiert. Scheiß auf den VAR, so steigen wir ab. Ganz einfach, man muss kleb und klar sagen, wir haben in Freiburg verdient verloren. VAR und dieses 1-0 kriegt hinterher, sei es drum, alles passiert. Aber das war nichts über 90 Minuten. Nichts, das ist nicht eine einzige nennenswerte Offensivaktion. Kommen Sie mit diesem Kalajcic-Kopfball, den denke auch ich über die Latte. Das war nichts. Bestes Beispiel für diese Leistung war das 2-0, wie das Tor gefallen ist. Also hilf Gott, auch hilf jetzt kurz den Spielfilm. Langer Ball, Freiburg, Ito und Anton sind komplett AFK, backen beide weg, Tor. Das war's, mehr Spielfilm gibt es dann nicht. Also wirklich, dieser Ball darf nicht mal aufhüpfen, weg dieses Ding. Und dann ist es dieses schöne, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Zwischen André und Ito, das ist unterirdisch. Der Ball springt natürlich perfekt auch in den Weg von Schade. Der haut ihn rein. Vielleicht ein bisschen hart. Ein Top-Keeper hält den, aber ich will jetzt auch nicht Müller den großen Vorwurf machen. Aber vielleicht, ein Top-Keeper hält den. Und gerade muss man ja auch sagen, diese Saison nimmt für mich gerade den stereotypischen Ablauf oder Verlauf von einer Abstiegssaison. Du hast Verletzungspech, du hast nie die Top-11 auf dem Platz, du hast schlechte Leistungen. Dieses Syndrom der zweiten Saison nach dem Aufstieg, dürfen wir auch nicht vergessen. VAR läuft gegen dich, die Konkurrenz punktet. Aus diesem Strudel musst du erstmal irgendwie rauskommen. Weil in Freiburg hat sich das Team komplett seinem Schicksal überlassen. Da gab es keinen Aufbäumen, kein gar nichts. Das war nach Leipzig aber wieder ein richtig übler Leistungs- und auch Einstellungsabfall. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, es geht hoffentlich mit Vollgas in dieses Trainingslager in Marbella. Die Spiele werden ja auch langsam weniger. Man hat ja nicht mehr Spiele, je mehr Spiele man selber macht in der Saison. Die Spiele werden weniger, indem man diese Punkte wieder gut machen kann. Es ist auch sehr, sehr schade, dass Endo fehlt, dass der wieder auf Länderspielreise ist. Auch, dass ein Sosa fehlt. Man muss sowieso aber halt eben Capitano Endo, dass der im Trainingslager fehlt, finde ich ein bisschen schade. Aber allen, die da mitfahren, sollte hoffentlich spätestens danach oder währenddessen oder wie auch immer klar werden, um was es hier geht. Weil für mich ist es nicht der Fall, dass es bei jedem klar ist. Das wirkt für mich so nicht. Wir steuern gerade auf diese zweite Liga wieder zu. Es ist Platz 17. Es ist faktisch ein Abstiegsplatz. Auch wenn nur ein Punkt Abstand ist auf Platz 16 und drei aufs rettene Ufer und wie auch immer. So sah das auch in Freiburg nicht aus. Als hätte diese Mannschaft gerafft, um was es geht. Ich bin auch, was das, was ich jetzt sagen will, bin ich auch schuldig. Habe ich auch schon oft genug gesagt. Aber dieses, wir haben genug Qualität, bringt einen Scheißdreck. Das bringt nicht den Klassenerhalt. Das hat es auch 2018, 2019 nicht getan. Auch wenn man da fairerweise nicht groß vergleichen kann, was Trainer, Manager, Ausrichtung des Vereins und so weiter. Alles generell natürlich in der Besetzung angeht. Aber der Verlauf ist der gleiche. Du hattest Euphorie, du hattest den Aufstieg. Gehst rein, spielst eine starke Saison, also tabellarisch eine starke Saison. Wirst am Ende siebter sogar, der Saison war mal neunter. Und dann wieder Abstieg nach zwei Jahren. Auch dazu kommt, wir haben jetzt seit fünf Toren keine Hütte gemacht. Das haben wir auch schon jede Statistik gelesen. Und wir brechen Rekorde und hier und da im negativen Sinn. Aber ja, es ist halt einfach da. Wir sind halt recht, hat er recht damit, dass da Defizite da sind mit Corona-Infektionen, mit Verletzungen. Da ist Tempoproblem da, da ist Spielfluss nicht drin bei den Jungs, da ist Fitnessproblem da. Aber alles okay. Nur diese Ausrede, ganz böse gesagt, von diesen ganzen Verletzungen, die ich auch lange mitgegangen bin, gehe ich langsam nicht mehr. Weil der Kader ist mehr oder minder in allen seinen Bereichen wieder da. Weil die Spieler natürlich noch ein paar Spiele brauchen, um nach ihren Langenverletzungen wieder reinzukommen. Alles okay. Aber der Kader ist da. Und der Kader hat auch Qualität. Eigentlich genug Qualität. Habe ich vorhin schon gesagt, hilft nichts. Aber er hat eigentlich genug Qualität. Am letzten Saison gesehen, was er vielleicht nicht kann oder noch nicht kennt, ist einfach diese Abstiegsmentalität. Weil Scheiß auf Alter, Scheiß auf Erfahrung, wie auch immer. Mentalität kann dir jeder liefern. Sich reinhauen für den Verein, in die Spiele reinhauen, kann jeder. Völlig unabhängig von diesen anderen Sachen. Vielleicht müssen sie es erstmal lernen, wie auch immer. Wäre es schade oder wäre vielleicht ein bisschen risky. Aber letzte Saison kannten sie es ja nicht. Das war eine feuchtfröhliche Saison. Da lief alles fröhlich durch, letzte Saison. Aber der Platz ist am Ende nie in Gefahr gewesen. Vielleicht ist es einfach ungewohnt. Aber Scheiß drauf. Du musst in dieser Situation halt auch liefern. Wären angemessen viele Fans im Stadion. Gerade haben wir quasi keine. Wir haben keine. Weil die Tickets, die verteilt werden, gehen ja auch nicht an Fans beim VfB. Warum auch immer. Aber hier könnte man diese schöne Magdeburger Fanaktion von schon ein paar Jährchen her, glaube ich, das Ding. Könnte man kopieren. Ist zwar einfach traurig. Finde es wieder aber einfach trotzdem schön. Und dazu eben, nächste Spiele. Frankfurt, Leverkusen, Bochum. Also man kann hier nur verbleiben, zu hoffen. Und eben einfach keinen Bock auf diese 2 Liga zu haben. Und zu hoffen, dass die Jungs das irgendwie rumgerissen bekommen. Und dass es da vielleicht irgendeinen Bayer-Effekt gibt. Oder was auch immer für einen Effekt. Aber wir müssen aus diesem Strudel rauskommen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020